Moin und Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls from Skyrim. In der letzten Folge sind wir wieder angekommen. Bei dieser Ruine. Unser Pferd wird abgehauen. Mal wieder. Ich weiß nicht. Willi, Badmach? Ich gebe euch Deckung, wie ihr wünscht, Tane. Wir brechen auf? Ich wollte dich ab. Ich warte dann hier. Jawoll, Lydia. Ich warte dann hier. Alter, nee, danke. Ähm. Lydia. Don't do stupid things, Lydia. and I get it. And I get it. And I get it. Oh! 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 Ich schnapp mir Lydia wieder. Wie ihr wünscht, Hane! Ich werde euch mit meinem Leben beschützen! Ja, Lydia, ich weiß... Das hast du mir schon, glaub ich, 300.000 Mal gesagt! Dann mal los, ne? Dann mal los, ne, Lidia? Röbel 2! Ähm... Nee! Nee! Nein! No, 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 no! geben wir jetzt doch hier wieder alles außerdem ich habe gefühlt es hat irgendwie sieht ein höhlen das ein bisschen läge ist lydia dann geht auch hin ich bin ja na schön was denn was braucht ihr gut verstanden das ding ich gucke euch heute noch näher danke so haben wir alles oder herkommen wieder aber endlich mal nach falkenringen langsam können weil das ist schon weiß noch wirklich wieder ein bär berglöwe bergtiger in dem fall deswegen mittlerweile überpowern wir echt ganz schön dann Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Lüdi 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 Zahn. ein drache hat künishain angegriffen aber warum warum diesen ort gibt es denn keine sichere zuflug mehr nein ach komm ich brauche mal kurz den weg und machen wir kurz mit der stumpfen alten klinge kann man nicht mal mehr butter schneiden wenn du mir das wert geben was können wir das machen müssen wir kurz zum jahr wo ist jetzt erhalte von last kampfgeborener wo ist er denn da ist er meine freundin ja geht das tut mir nicht weh ihr habt gewonnen hat keiner gesehen so wir können jetzt eigentlich für den stellen wieder mal gucken was unsere tochter für uns hat ja komm aber rummeckern jetzt haben wir aus der das verdächtige namen feuer rennt was hältst du davon lydia ich gebe euch deckung es ist ja einfach die wir brauchen ich habe hier einige gute stücke wenn ihr etwas sucht ich weiß dann gehen wir jetzt mal langsam richtung mit er zu stellen von weislauf und gehen dann richtung falken ring und holen das war unser nächstes aus ich hab auch mir jetzt das haus zu holen jetzt war ich da zu regnen aber gut dann würde ich sagen erstmal danke für das löschen bis euch gefallen aber wenn ihr werdet von vergessen den kanal zu abonnieren ich habe ein paar plassen in zwei bis zum nächsten Mal no ciao